Was ist die Klima-Challenge? Die Klima-Challenge ist die Herausforderung der Bundjugend Niedersachsen, einen Monat lang Klimaschutz aktiv im Alltag zu verankern. Das heißt, du bist gefordert, dir zu überlegen, in welchen Bereichen kannst du dein eigenes Leben klimafreundlicher gestalten. Beliebte Bereiche dafür sind zum Beispiel Ernährung, Konsum oder Mobilität. Impulse, die dich inspirieren können, werden auf unserer Instagram-Seite gepostet werden und wir werden Talkrooms veranstalten, in denen du dich mit anderen Teilnehmenden austauschen kannst und in denen du Tipps bekommst, wie du dein neues klimafreundliches Verhalten im Alltag besser verankern kannst. Anmelden kannst du dich auf unserer Website oder per E-Mail und dort findest du auch weitere Infos, genauso wie in den Videos, die hier auf unserer Instagram-Seite bald gepostet werden. Cool, dass du dabei bist.